Nun bricht eine markante Zeit der Energieverdichtung, des Aufbrechens von unguten Strukturen und eine neue, kosmische Lektion an. Wir müssen jetzt nochmal all unsere physischen und psychischen Kräfte mobilisieren, um die nächste Etappe zu nehmen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Science-Potential-Coach und Chakra-Therapeutin. Möchtest du in deinem Leben zu irgendetwas gezwungen werden? Was empfinden wir dabei, wenn wir zur Unterwerfung gezwungen werden sollen, Familien in ihre Existenznot gebracht werden, ja, Menschen in die Ausgrenzung und in die Ächtung? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es einer Regierung mit Druck und lautem Getöse gelingt, eine Gesundheitsthematik zu einem Grundrechte-Zuteilungsticket umzufunktionieren, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Es drängt sich mir ein Bild auf, wo wir an einem Punkt angekommen sind, an dem Big Tech, Big Pharma und unsere Regierung händchenhaltend und pläne schmiedend auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite steht der Mensch als Bürger, hypnotisiert von Angst, gelenkt von den Medien und beschnitten in seiner Entscheidungsfähigkeit. In Österreich ist es fünf vor zwölf. Aber auch hier in Deutschland wird auf allen Kanälen über Zwang gefachsimpelt und eine neue, gefährliche Afrikasau durchs Dorf getrieben. Mir scheint es so, als solle uns das schon mal mürbe machen. Österreich steht auf und mobilisiert sich Seite an Seite gegen den Zwang. Geimpfte und Ungeimpfte stehen zusammen mit angereisten Nicht-Österreichern, um gegen den Zwang zu demonstrieren. Die Energie steht auf powervolle Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich frage mich, sind wir des Regiertwerdens müde? Sprechen wir gegebenenfalls sogar unempathen, korrupten, machtgierigen Oberhäuptlingen unser Vertrauen ab, dass sie die Menschheit durch den Wandel in die neue Zeit führen wollen? Es drängt sich mir immer klarer die ungewöhnliche Erkenntnis auf, brauchen wir die Führung? Sind wir eventuell sogar des klassischen Regiertwerdens entwachsen? Ich weiß es nicht. Doch solange wir regelmäßig von Korruption, Lügen und Seilschaften unserer Oberhäuptlinge hören, frage ich mich, will die Herrschaft der Lügen wirklich dazu beitragen? Dass das von Menschen erzeugte Leid auf unserem Planeten gestoppt wird? Passt eine Herrschaft von Unwahrheiten überhaupt noch in die Zeitqualität der neuen Erde? Ich hatte gestern Nachmittag eine Vision. Ich sah vor meinem geistigen Auge, dass sich viele Länder zusammenschlossen, um zur gleichen Zeit am selben Tag in unterschiedlichen Ländern und Städten friedlich, jedoch kraftvoll zu demonstrieren und auch zu meditieren. Es baute sich in dieser Vision ein unfassbar intensives Kraftfeld auf, welches etwas in Gang setzte, das dazu führte, dass auf lange Sicht sich ganz neue Regierungsformen bildeten. Diese Regierungsform kann ich nicht einmal mehr als Demokratie beschreiben, da ich für das Neue noch keinen Begriff habe. Das bisherige System hat ausgedient. Wir dürfen nun beginnen, es zu ersetzen. Mir ist bewusst, dass das ein Prozess ist und ich habe hier auch überhaupt keinen Plan, wie das gehen soll. Doch vielleicht wird es sogar möglicherweise leichter, als wir denken. Dafür brauchen wir Ruhe, innere Stabilität, Klarheit und Besonnenheit. Je lauter es draußen wird, umso stiller darf es in uns werden. Aus der Stille schöpfen wir Kraft, egal wie voll dein Terminkalender, egal wie voll dein Kopf ist, gönne dir täglich Ruhe, in denen es in dir still werden darf. Was uns lähmt, ist, dass wir so sehr an die alten Machtstrukturen gewöhnt sind, dass wir es uns nicht vorstellen können, dass sich unser Einsatz lohnt. Sei es, dass wir im Außen was bewegen oder der Einsatz, dass wir in uns selbst etwas bewegen. Doch das Neue wartet schon auf uns und wir gehören in diese spannende Zeit des Wandels dazu. Wir als Gemeinschaft und auch als Einzelner, wir tragen zum Wandel bei. Es gibt hier keinen Masterplan und ich habe das Gefühl, mich auf einem Blindflug in die neue Zeit zu befinden. Alles baut sich um und jeder kleine Schritt, den wir in Richtung Selbstbestimmtheit, in Richtung unserer inneren Wahrheit und unserer inneren Ruhe vordringen, ist ein wichtiger Baustein. Schauen wir auf das Größere, das hier gerade geschieht, nicht zu sehr auf den Druck. All das, was gerade bis aufs Unerträgliche an Angst und Druck hochgefahren wird, wird sich seiner eigenen Dummheit und Lügen entlarven. Ja, und das werden wir alle zu spüren bekommen. Die Wahrheit bahnt sich ihren Weg und sie hat die Gerechtigkeit als starke Komplizin an ihrer Seite. An diesem Punkt haben wir die Chance, als Menschheit wieder zusammenzufinden, gemeinsam unsere selbst ermächtigte, erwachte Kraft einzunehmen. Das gelingt, wenn wir besonnen in der Ruhe bleiben und nicht auf jede Unruhe aufspringen, kommt sie auch noch so nah an uns heran. Wir bilden jetzt ein neues Wertebewusstsein, welches Fühlen, Denken und Spiritualität vereint. Das höchste Gut der Menschheit wird in der Zukunft das Mitgefühl und die Menschlichkeit sein. Dafür wurden wir in den vergangenen anderthalb Jahren schon mal geschult. Wir wissen jetzt, wie es nicht geht. Wir wissen, wer zu uns gehört und wer auf einer ganz anderen Welle surft. Die nächste, jetzt anbrechende Lektion sind unsere Werte. Was brauchen wir wirklich? Was lernen wir ganz neu wertzuschätzen? All diese Lektionen und auch weitere schenken uns ein größeres Verständnis von Einheitsbewusstsein. Wir lernen, die Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit, von Natur und Tierwelt, von Leben und Tod, als auch von Erde und Kosmos zu verstehen und alles miteinander verwoben zu betrachten. Und mal ganz unabhängig davon, was wir in der Wissenschaft und in der Medizin wertvolle Errungenschaften ja erreicht haben, auch etabliert haben, sind wir als Menschheit nun zum nächsten Schritt gefordert. Denn solange in unserer Kultur eine trockene und bewusstseinsferne Wissenschaft und ein genauso abstraktes Gesundheitssystem herrscht, in der der Zusammenhang mit dem Lebendigen und dem Bewusstsein außer Acht gelassen wird, sind wir auf dem besten Wege, die neue Erde knapp zu verfehlen. Die Ileten streben die Kontrolle über die Welt und all ihre Bewohner an. Wir versuchen, den Tod mit abstrakten Mitteln aufzuhalten, zu bekämpfen und übersehen, dass wir damit das Leben ausschließen. Aber wir leben in einer lebendigen, sich ihrer selbst bewussten Welt, in der auch Gemeinschaft zusammenwirken mit allem, was ist, als auch der Tod, als ein wichtiger Teil des Lebens ist. Viel sinnvoller wäre es, das Abstrakte, Distanzierte loszulassen und stattdessen den Eintritt ins Leben, das Leben selbst und auch das Sterben als heiligen Prozess zu begreifen und ihn zeremoniell zu begleiten. Wir sind doch keine Roboter. Ich erinnere mich gut, als unser kleiner schwarzer Riese Mozart, ein 65 Kilo schwerer Neufundländer, sich plötzlich auf den Weg in den Himmel machte. Es war ein so unglaublich heiliger Moment, in dem wir als Familie zusammenkamen und er zu Hause in unseren Armen einschlafen durfte. Auch unsere Tierärztin war gekommen, um ihn im Zweifel zu erlösen. Sie legte ihm schon mal vorsichtshalber eine Kanüle an, für alle Fälle. Geduldig saß sie mehrere Stunden leise im Hintergrund und achtete darauf, dass Mozart nicht leiden musste. Immer dann, wenn sie sagte, jetzt werden wir ihn erlösen, hob Mozart seinen großen, schweren Kopf von meinem Schoß und legte ihn auf seinen eigenen Arm auf die Kanüle. Dabei hob er seinen Blick zu uns und schaute uns mit seinen treuen Augen an. Dann sagte die Tierärztin, okay, ich habe verstanden, du möchtest noch nicht gehen, dann ist gut. Und augenblicklich legte er seinen schweren Kopf wieder in die bequeme Position in meinen Schoß. Dort lag er ganz ruhig, bis die Tierärztin wieder der Meinung war, dass er jetzt erlöst werden soll. Und dieses Spiel wiederholte sich noch zigmal. Und immer wieder, nur in dem Moment, hob er seinen Kopf und legte ihn auf die Kanüle. Das wiederholte sich bis fünf Minuten, bevor meine Tochter heimkam. Fünf Minuten, bevor sie zu Hause ankam, schlief er ganz alleine und friedlich in meinen Armen ein. Ich bin mir sicher, er wusste, dass sie beim Sterben nicht dabei sein wolle. Das hat es mir auch im Nachhinein bestätigt. Doch wollte er, dass sie ihn so antreffen würde, als würde er friedlich schlafen und nicht schon steif und kalt. Und solange wir nicht begreifen, dass wir mit allem verbunden sind, dass sich auch alles untereinander auf einer Ebene versteht, die wir nur als Menschen nicht begreifen, dass alles miteinander verwoben ist, solange wir das nicht begreifen, können wir keine wirkliche Verantwortung übernehmen. Solange wir uns dem Tier, der Natur und dem Leben selbst nicht zutiefst zugehörig fühlen, trennen wir uns vom Leben. Wir schließen es aus. Die Folgen sind besonders in unserer aktuellen Zeit so brisant sichtbar. Wir alle zusammen sind eine Seele auf der Reise in die neue Erde. Sagen wir Nein, laut und deutlich Nein, zu Zwang jeglicher Art. Korruption, Lobbyismus und Ausgrenzung. Denn diese Dinge stehen uns ganz klar im Weg und wollen transformiert werden. In Liebe, Deine Schwester im Geiste, Deine Linda Auf Wiedersehen. In Liebe, Deine Linda